Hallo zusammen, heute geht es um die Review zu Gekan Shoujo Nozaki-Kuno und das ist eine Serie aus dem Jahr 2014. Die hatte zwölf Folgen und ist eine Rom-Com. Ich finde, die hat einen richtig tollen, frischen Winzer in das ganze Rom-Com-Gefield reingebracht. Und um es jetzt kurz zu erzählen, Sakura ist verliebt in Nozaki und kann es ihm irgendwie noch nie so wirklich gestehen. Und dann sagt sie sich, ja ich mach das jetzt mal, ich mach das jetzt mal. Und dann geht sie halt zu ihm hin und sagt, hey ich bin dein größter Fan, ich bin ein Fan von dir. Und sie wusste nicht, dass er unter einem Pseudonym als Manga-Kart tätig ist. Und er versteht es halt so, ja du bist ein Fan von meinem Manga, das hier hast du ein Autogramm von mir. Und sie erst dann richtig erschüttert und vollkommen deprimiert versucht dann das irgendwie noch zu klären, aber schafft es nicht so ganz und wird darauf dann nach einem zweiten Versuch der Assistent von Nozaki. Und Nozaki checkt es einfach nicht so ganz, dass sie Gefühle für ihn hat. Trotzdem entwickeln sich gerade auch dadurch richtig lustige und spontane Aktionen, Situationen, die mir wirklich gut gefallen haben. Also natürlich erfindet es das Rad jetzt nicht neu, aber es ist einfach eine tolle, nette, kleine Serie, die man sich wirklich anschauen kann. Die Animationen sind erstaunlich gut und auch wenn jetzt kein Studio dahinter steht, wo ich mir persönlich den Hals drum verrenken würde, da irgendwas zu gucken davon, ist es immer noch richtig, richtig gut und wirklich anders im Gegensatz zu manchen anderen Serien. Ich persönlich habe auch das Opening sehr, sehr gerne gemacht, das Ending war eher nicht so meins, aber natürlich ist es wieder Geschmackssache. Um jetzt mal zu sagen, was anders ist, Gekan Jojo Nozaki-Con hat einfach so eine extrem entspannte, lustige Atmosphäre. Man hat da irgendwie nicht den Zwang drin und auch die Comedy ist im Gegensatz zu vielen anderen Comedy-Serien wirklich, wirklich lustig. Nozaki arbeitet halt immer an seinen Manga und Sakura hilft ihm und dadurch entstehen halt auch wirklich lustige Situationen. Sie versucht immer und immer wieder doch mal so ein kleines bisschen die Annäherung zu wagen, aber es klappt halt doch irgendwo nicht so ganz. Und es endet dann doch immer damit, dass er es falsch versteht. Aber trotz alledem, finde ich, funktioniert das Ganze als Rom-Com-Serie wirklich, wirklich gut. Und ich würde sagen, das war mitunter wirklich eine der besten Serien 2014 und die sollte doch jeder gesehen haben. Als Fazit jetzt dementsprechend schaut euch einfach Gekan Jojo Nozaki-Con an. Ich will euch einfach nicht so viel spoilern, weil die Serie doch, naja, besser funktioniert, wenn man nicht so viel weiß, auch wenn das blöd klingt. Sie funktioniert besser, wenn man nicht gespoilert wird. Die Animationen sind wirklich, wirklich hübsch. Die Musik findet man das Ganze schön, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber ich finde, was braucht man mehr von einer hübschen, kleinen Rom-Com-Serie, die sich um einen Mangaka dreht. Und natürlich ist es eine Teenie-Rom-Com, okay, mag auch nicht jeder, aber auch an diejenigen unter euch, die da keinen Bock drauf haben, aber schaut mal da rein, weil ich denke, der könnte euch dann doch nochmal überzeugen, weil der so ein bisschen anders ist als die anderen. Und er hat mir einfach jedes Mal bei jeder Folge so ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Und das ist doch was Schönes bei einer Serie, die das auch versucht. Deswegen guckt es euch gerne an und schreibt doch gerne in die Kommentare rein, was ihr so zu Gekan Jojo Nozaki-Con sagen könnt. Hat er euch gefallen oder eher nicht? Ist es eure Serie oder eher nicht? Würde mich sehr, sehr interessieren. Und wie immer gilt natürlich alles hier, das ist nur bleibt meine Meinung. Wenn euch die nicht gefällt, dann macht doch ganz einfach eine eigene. Wir sehen uns deswegen bei dem nächsten Video. Bis dann, euer City Bloop, habt einen schönen Tag. Jo, tschaui.